Ein Ort mit Flair, mitten im Herzen Cobox. Ein Ort für beschwingte Konzerte, rauschende Ballnächte und Veranstaltungen, die im Gedächtnis bleiben. Ein Ort für Kongresse und Messen, egal ob Indoor oder im wunderschönen Rosengarten. Das Kongresshaus ist die Adresse für Events aller Art. Noch ist das Kongresshaus leer. Die Ruhe vor dem Sturm, oder? Also bald kommen hier die Menschen reingeströmt. Zu welcher Veranstaltung? Wir haben heute die X-Mess-Con bei uns im Hause. Das heißt, wir beginnen ab 11 Uhr mit dem Einlass, bzw. der Kunde beginnt ab 11 Uhr mit dem Einlass. Also im Vorfeld ist schon alles passiert. Das heißt, wir stellen die Bestuhlung, so wie wir es mit dem Kunden abgesprochen haben. Die Tische stehen da, wo sie sein sollen. Die Technik ist vorbereitet, so wie es abgesprochen ist. Unsere Arbeit ist ja im Endeffekt im Vorfeld schon passiert. Wir warten jetzt auf den Kunden und betreuen den Kunden dann während der Veranstaltung. Bunte Kostüme, Figuren, Masken. Die German X-Mess-Con zum Beispiel ist eine weihnachtliche Anime- und Manga-Convention. Über 1000 Gäste haben ihren Spaß im Kongresshaus Rosengarten. Dann kann das Haus seine ganzen Möglichkeiten ausspielen. Alle Räumlichkeiten auf zwei Etagen. Das gehört jetzt quasi auch zum Rundum-Versorgungspaket oder was hier? Eigentlich nicht, aber wir sind in einem Raum und zwar im Gaming-Raum. Wir haben jetzt hier zwei Räumlichkeiten zusammengefasst. Es gibt noch eine dritte Raumkombination, die man dazu nehmen könnte. Das heißt, je nachdem, was der Kunde braucht an Fläche, für Bestuhlung, für die Gaming-Stationen und so weiter, kann man das halt ganz individuell machen. Egal welche Veranstaltungen, das Team reagiert flexibel auf Kundenwünsche mit einem Service nach Bedarf. Ob Bestuhlung, Catering, Betreuung der Künstler, fast alles ist möglich. Klar, dass hier nur absolute Profis am Werk sind. Bühne, Licht, Ton, Moderatoren und Gäste. Das perfekte Zusammenspiel will gut vorbereitet und geprobt sein. Auf Wunsch natürlich auch mit Blitz und Donner. Seit der Eröffnung im Jahr 1962 gehen viele Künstler ein und aus. Sebastian Sonntag organisiert die Events im Kongresshaus seit fast 20 Jahren. Also in der langen Zeit, kannst du dich da an eine Veranstaltung erinnern, die dir besonders irgendwie im Gedächtnis geblieben ist? Ja, recht exotisch war bei uns der chinesische Nationalzirkus. Das waren Künstler, ich glaube, knapp 100 Leute, die auf Tour waren. Mit natürlich technischen Herausforderungen auf der Bühne, viele Leute auf der Bühne, die aber auch dann halt sehr exotische Sachen gemacht haben. Jonglieren, Menschenpyramide, Leute, die mit Catering versorgt werden müssen, alle, die parken müssen, untergebracht werden müssen. Das sind dann so die Herausforderungen dann halt außenrum. Aber auch was auf der Bühne passiert, war das schon recht, recht besonders gewesen. Besondere Erlebnisse erfordern besonderen Einsatz. Hingabe, Professionalität, Kundenorientierung, Flexibilität und natürlich das beste Equipment in einem Umfeld zum Wohlfühlen. Wenn es also ein besonderes Erlebnis werden soll, eine gelungene Veranstaltung, ein Abend, der im Gedächtnis bleibt. Ob Vortrag, Messe oder Konzert. Das Kongresshaus Rosengarten in Coburg ist dafür genau der richtige Ort. Das Kongresshaus Rosengarten in Coburg ist für die Welt.